wir sind schon in der 27 minute und das ist jonas michelbrink was für ein tor sein erstes für den msv zuletzt ganz ganz selten gespielt und am sonntag haut der diesen sonntagsschuss ein stich ins herz für den fcs aber ein wunderschöner treffer alle spiele der dritten liga live bei magenta sport